So, äh, guten Morgen, Klasse. Es ist Freitag, der 13.2. Was? Freitag der 13.? Das heißt, heute kommt. Ich bin weg, Leute. Macht's gut. Coming! Platz da! Da ist es! Das neue! Zelda Majora's Mask 3D! Wow, ich bin in Termina! Was man hier alles erlebt! Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Äh, was? Also eigentlich bin ich gerade voll geflasht. Ich bin ein chinesischer Stereotyp und darum sammle ich Masken. Magst du mir meine wertvolle Maske zurückbringen? Nein, verzieh dich. Was man hier alles erleben kann! Wow, geil, ne Maske! Ich tausche eine Landurkunde gegen diese Maske hier. Aber ich will doch gar keine. Und die tue ich dann zusammen mit dieser Mütze in den Briefkasten. Gut gemacht. Kachin! Hier gibt es viele liebenswerte Leute. Geh mehr aus dem Weg! Und noch mehr nette Leute. Na, du Scheißer! Soll Oma dir eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen? Nein. Die Möglichkeiten sind unendlich! Wer bist du? Bist du hier, um durch mein Teleskop zu schauen? Nein, aber warum nicht? Oh Gott, was ist denn mit dem Mond los? Die Fratze sehe ich ja jetzt erst. Äh, äh, was? Es gibt viel zu entdecken, viele Items zu finden, wie diese Flasche hier. Oder diese. Und, äh, diese. Wow, Rubine! Die geb ich doch gleich mal in der Spielhalle aus. Wow! Ich muss fürchterliche Bossgegner bezwingen und gegen Horden von, äh, keine Ahnung was das ist, Monster kämpfen. Oh, grapsch, grapsch. Jetzt, wo ich mein Pferd habe, kann ich mir endlich die Felsmaske holen. Schneller, du fetter Gaul! Schneller! Hm, okay, hier... Hey, du scheinst hier nicht... Halt die Fresse! Ach, okay, hier muss doch irgendwo der unsichtbare Soldat mit der Maske sein. Hier. Hier irgendwo. Hm. Hey, wir sollten uns beeilen, wenn wir... Ach, 60 Stunden, das schaffe ich doch mit einem Ei. Oh, hey, eine rassistische Bande Kinder ohne Schulbildung will, dass ich sie einfange. Woohoo! Kevin! Kevin! Äh, äh, was? Wo bin ich? Kevin, sie bringen dich ins Krankenhaus. Du bist aus dem dritten Stock gesprungen. Du hättest tot sein können. Hm, naja, besser als wenn einem der Mond auf den Ko- Ooooooooooooooooh! Uuuuuh! Klicke auf das Abonnier-Tier, um es glücklich zu machen. Oder Ben wird ertrinken. Und vielen Dank an das Team von Lama Power, die das Video animiert haben. Link in der Videobeschreibung. Leute, ertrinkt. Klicke auf dieses Blogs